jo freunde was gedacht mich auf euch geht es gut genau so wir finden mich gerade im wohnzimmer heute ist mein youtube und heute bin ich immer gedanken an meine tante grüße gerade meine tante ich will jetzt den namen und nachher jetzt nicht sagen weil ich weiß nicht ob ich sagen darf und der onkel von hier hat mir das geschenkt deswegen ich zeige ihm also jetzt nicht wundern wenn ich mit der hand hier gleich so mache weil da steht was drauf in der adresse von dem onkel und der hat die halt hergestellt und die hat mir geschenkt und das ist eine gute marke ich schätze es kostet sogar mehr als 100 euro das ist ein guter teddybär das ist daher sich so ein teddybär für 10 20 euro oder wie da das ist eine gute marke hier und auf jeden fall finde ich das sehr aktiv die farbe war richtig süß jetzt denke ich meine leute hey gibt es den kinder ist und jedes behalte einfach so freunde die lasse ich so liegen den gewicht das den kennen die kuscheltiere natürlich kann ich auch den geben aber ich mache beides ich lasse es dann liegen und gibt es den ab und zu den kennen aber der darf halt nicht kaputt sein weil das ist eine gute marke aber grüße hier raus nochmal an dieser unkel und an meine tante aber ich weiß halt nicht ob ich den namen und nachher alles sagen soll aber ich sage mal lieber nichts sonst gibt es auch noch stress aber es hat geküsst echt er hat sie mir einfach geschenkt vielen vielen dank ich wollte bei ihr zu hause war extrem geil hat sogar noch essen für mich gekocht hat doch so gekocht für die anderen kinder für ihre kinder grüße genau raus auch an die kinder und ja die hat hat er einfach war schon am kochen und hat sich gefragt ob ich gleich essen will und hat es mir kann auch schokolade geben tee gemacht weil ich ihm erkältet bin richtig korrekt von ihr grüßt die alt raus ein grüßchen raus an die ganze familie von meiner tante ist echt korrekt gefreut dass ich da vorbeikommen können lang nichts mehr gemacht und dann consultieren aber vielen 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 dank der ist richtig korrekt vielen vielen dank also ich wünsche euch eine schöne nacht ich muss mich auskurieren wir sehen uns bis morgen